Herzlich Willkommen zu The Last of Us, zu einer neuen Ausgabe. Das war wahrscheinlich mal ein Spielwarengeschäft. Schwer zu erkennen. Jokyo Toys. Ja, gibt es hier echt nichts? Hä? Ich habe sie mal was. Oder nicht? Shit. Ellie, gib uns Deckung. Super. Sam, bleib bei ihr. Okay. Okay, da drüben umsehen. Ich schaue hier. Ich gehe hier lang. Geh da runter. Komm raus, du Feigling. Das ist der eine. Wie will haben wir denn hier? Eins? Zwo? Ich glaube drei. Bye. Woah! Woah! Ich hab das gerade gesehen. Habt ihr das gerade gesehen? Ich will ihn einschlagen und dann bin ich irgendwie woanders. Kommt hoch Kinder. Der ist tot. Gut, gut. Sauber erledigt. Ja, ich sehe über den Jungen her. Können wir den hier irgendwie runter treten? Geht nicht, ne? Schade. Hab ich... Ich steh mich erstmal um. Da. Da. Firefly. Abzeichen von Lucas Rios. Dann... Kann man hier die Türen oder was ist das? Fahrstuhl? Fahrstuhl? Hier in der Toilette gibt's nix. Doch hier war was. Ne, doch nicht. Wo ist denn jetzt? Sieht aus wie die Schule. Zeichen Academy oder sowas. Wir sind da. Hier haben wir die Kantine. Das war's hier. Was? Willkommen in meinem Schloss. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm. Sieh dir das mal an. Diese verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten. Wachen die scheiß Brücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg. Und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Wow. Alles gut. Au. Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Mir macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Ach. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er da hin, morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt, wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. In der Nacht. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Alle bereit? Ja. Okay. Bleib nah bei mir, okay? Ja, wie beruhigend. Gab's hier noch was? Ja. Wie beruhigend. Wir dürfen uns ja gar nicht sehen. Nicht sehen. Ach, das ist... Wacht. Spetsu. Zu dieser Brücke müssen wir hin. Können wir noch hoch? Nee. Was denn? Da ist der. So, jetzt müssen wir ruhig sein, leise sein und schleichen. Schleichen. Okay. Wir schleichen uns an sie ran. Gibt's hier was? Nein, nur Putzeimer und brennende Fässer. Ich versuche warm zu bleiben. Wie sieht's da draußen aus? Wir haben Infizierte erledigt. Keine Spur von den Eindringlingen. Glaubst du, sie sind noch in der Stadt? Ja, die sind noch hier. Okay. Ich dreh noch ne Runde. Pass gut auf. Ja, du auch. Das war echt knapp von mir. Das war echt knapp von mir. Verdammt, ich habe was gehört. Ja, ich war ja. Weil du scheiße. Weh, Mann. Scheiße, lass ihn los. Wir können das doch regeln, oder? Ja. Durch eine Deckung. Das war's. Oh Gott. Oh Gott. Einfach mal in die Beine schießen, dass die gar nichts mehr machen können. Oh, jetzt. Henry, du musst aufpassen. Okay! Ach, fahrte Knopf. Geh mal. Ach, hier. Müssen wir raus. Da durchs Tor müssen wir. Müssen wir uns langsam vorarbeiten. Ich glaube... Haben wir... Da ist er! 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 Okay, Licht ist auf. Da ist er! Da ist er! Da ist er! Haha, fu**! Das war's für heute. Scheiße! Ich mach's besser jetzt. Kalt! Wir haben Infizierte erledigt. Keine Spur von den Eindringlingen. Glaubst du, sie sind noch in der Stadt? Ja, die sind noch hier. Okay, ich drehe noch eine Runde. Pass gut auf. Ja, du auch. Ja, ich hab's gehört. Sei vorsichtig. Oh, verdammt. Wow. Sucht euch eine Deckung. John! Hilfe! 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 Oh Mann! Hey, alles klar? Ich versuche warm zu bleiben. Ich versuche ihn, Klaus von Feigling. Hinter dir, Joel! Woah, woah, woah! Ah, Mist, wir sehen uns! Sucht euch eine Deckung! Hey, Joel, da ist ein Typ am Schatt. Ich sehe ihn. Da drüben! Prüfen wir den Flur. Check die Straße gründlich.